glasklare rote Karte und dann macht man sich halt noch mehr Hoffnungen. Und ein Moinsen zum Nachbericht zum Spiel in München gestern. Wir mähen die Highlights durch, ja, 12. Minute, die rote Karte von Davies, die vermutlich mit spielentscheidend war. 18. Minute, 1 zu 0 Lewandowski, 22. Minute, 2 zu 0 Serge Gnabry, 33. Minute Lewandowski mit dem 3 zu 0 und 39. Minute Endstand, 4 zu 0, auch wieder Lewandowski, der einen Headtrick geschnürt hat. Kommen wir zum Spielverlauf. Erstmal quasi wie immer, wir haben 10 von 11, richtig in der Startup, fängt es richtig im Kopf ab. Da eben einfach Koulibaly statt Förster gespielt hat, sonst waren wir oder ich richtig, was das angeht. Ja, war eigentlich eine gute Anfangsphase, war mutig, wie es auch die Ausstellung war. Dann kam halt da Davies Foul. Wir haben es im Stream gar nicht richtig mitbekommen. Zuerst gab es gelb nach VAR und nachdem wir die Wiederholung gesehen haben, wer es gesehen hat, gerne abchecken, der Stream und die Stream-Highlights gehen durch die Decke. Vielen, vielen Dank für den Support, war sehr, sehr geil gestern. Trotz des Spiels hat man gesehen, die Reaktion, das war eine glasklare rote Karte. Und dann macht man sich halt noch mehr Hoffnungen. So, man hat sowieso so eine Hoffnung, vielleicht kannst du München was mitnehmen. Rote Karte in Überzahl ab der 12. Minute, boah, nicht schlecht. Erste Recht in Ordnung Chance durch Karlajcic in der 14. Minute. Aber dann sind halt die Bayern die Bayern. Ganz einfach, diese jetzt erst Recht-Mentalität, wenn man es so nennen kann, und man zerfällt halt komplett in 5 Minuten leider. War vielleicht auch mental, ein bisschen wie auch ich im Stream, ein bisschen zu sehr euphorisiert, so, boah, guck mal, jetzt sind wir sogar ein Mann mehr. Da geht halt wirklich was heute vielleicht. Das 1-0 verteidigst du einfach nicht. Also nicht im Sinne von der VfB, dass du nicht verteidigst, sondern das bekommst du recht schlecht verteidigt, weil der Mandowski einfach überragend ist. Das kriegst du gefühlt auch gegen keinen anderen Stürmer. 2-0, man wird da halt einfach wie im Trainingsspiel auseinander kombiniert. Dieser Ball von Müller auf Sané war es zurück, glaube ich, war überragend. Aber das sieht dann halt auch wieder dermaßen einfach aus. Deswegen halt der Trainingsspielvergleich. Das ist aber der reife Prozess. Man hat gesehen, da war nicht dermaßen eine Schockstarre da bei den Jungs. Sonst stellt man sich halt komplett hinten rein und versucht halt Schlimmeres zu verhindern. Hat man nicht geschafft. 3-0, das geht einfach viel zu einfach. Oben Müller geht locker vorbei, Flanke kommt. Null Deckung bei Lewandowski und er köpft den halt auch wieder rein. Das kannst du halt so nicht verteidigen, ganz einfach. Und dann, noch bevor es 4-0 fällt, kommt dann rund um die 34. Minute. 35. Müsste gewesen sein. Die Verletzungen von Silas. Und wie immer, die Verletzungen ohne gegnerische Einwirkung sind gefühlt immer die schlimmsten. So auch diesmal kam es bis hin, hat er gesagt, 6 bis 8 Monate fällt Silas aus. Das ist, ja, vorderes, rechtes Kreuzband gerissen. Das ist dermaßen schade und auch dermaßen für den Arsch für uns natürlich. Eine absolute Stammkraft fällt weg. Ich habe da so ein bisschen die Mané-Flashbacks. Das war eine andere Verletzung, aber der ist auch Ewigkeiten ausgefallen. Auch Fanliebling, auch über rechts gekommen. Der Vergleich ist ein bisschen da, aber zumindest bleibt er damit rechtssicher bei uns. Da er halt leider wirklich vor Anfang 2022 nicht mehr wieder Fuß fassen wird bei uns. Das ist unfassbar schade. Wir hoffen einfach mal, dass er genauso gut zurückkommt wie Kalajic nach seiner ewig langen Verletzung. Dann die Frage, wie ersetzt du ihn? Packst du Niko auf die Flügel? Packst du einen Tommy auf die Flügel, der scheinbar fit ist, auch in der letzten Spiele nie im Kader war? Ersetzt du ihn direkt durch Koulibaly? Stellst du irgendwie um und dann kann ein Klimovic spielen? Ein Cissé vielleicht? Vielleicht ein Massimo? Das wird sehr interessant. Ich glaube, der Startelf-Tipp könnte ein bisschen in die Hose gehen, wenn wir dann in zwei Wochen gegen Bremen rangehen. Im Spiel kam Klimovic für ihn. Der fand ich mal wieder ein besseres Spiel abgeliefert hat persönlich und dann das 4-0, das ist auch wieder dermaßen einfach für die Bayern. Natürlich Pressschlag, Glück dann gegen Anton war es, glaube ich, Lewandowski und dann fällt das 4-0. Zweite Halbzeit kannst du dir dann auch quasi schenken einfach. Du hast noch eine dicke Chance für Lewandowski, die er tatsächlich mal nicht gemacht hat. Kalajic direkt nach der Halbzeit auch eine ganz gute Chance. Und so verlierst du 4-0 in München, Lewandowski weiter auf Rekordjagd. Und bei uns heißt, glaube ich, das Wort des Spiels, das Wort des Spieltags, halt wirklich einfach Lehrgeld. Schon tausendmal gehört. Aber passiert. Lieber verlierst du einmal 4-0 als 4-1-0, wenn man jetzt mit einem ganz doofen Spruch rausholen will. Und es ist eine junge Truppe, die hat sich was zugetraut, auch über das ganze Spiel hinaus. So unsagbar schlecht waren wir gar nicht. Die Bayern waren unsagbar eiskalt vor allem. Und eben diese fünf Minuten haben uns halt kaum getötet. Vielleicht für mich auch ein, zwei Tore, auf jeden Fall ein Tor zu hoch, würde ich sagen. Aber so ein Spielverlauf passiert dir halt auch nur gegen die Bayern. Ist vielleicht auch nicht verkehrt. So bist du wieder ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Ganz einfach. Vielleicht auch ein bisschen ein Dämpfer für die Europa-Hoffnungen. Und du bist halt immer noch ein Aufsteiger und immer noch ein sehr, sehr junges Team. Kann man ein paar Zitate rausholen. Von Kass zum Beispiel, können ich alles aufs Alter schieben. Man hat gerade gesagt, mental ist was passiert. Nach der roten Karte war es, glaube ich, hat er angesprochen. Hitzesberger hat im Halbzeit-Fazit gesagt, man war nicht wach genug. Man hat zugeschaut, man war lethargisch. Missend hat gesagt, wir haben uns wie ein Aufsteiger aussehen lassen. Ja, wir sind halt immer noch ein Aufsteiger. Aber trotzdem gut, dass wir jetzt, glaube ich, erstmal die Länderspielpause haben. Danach geht es dann weiter gegen Werder Bremen zu Hause. Und dann Dortmund zu Hause, zwei Heimspiele in Folge. Heißt am besten einfach die Pause. Auch keine weiteren dummen Verletzungen ranholen über die Länderspielpause. Ruhe wieder reinkehren lassen. Nicht übertreiben. Nicht zu sehr schwarz malen. Dieses 4 zu 0, das war immer noch auswärts in München. Und dann einfach wieder positiv rein starten und wieder ein Erfolgserlebnis sammeln im Heimspiel gegen Bremen. Kommen wir zur Tabellensituation. Ja, mit Blick auf die Bälle und halt auch auf Blick mit den Verletzungen ist es schon weiterhin einfach angenehm zu sehen, dass du halt schon 36 Punkte auf dem Konto hast. Aber weiter 8er Platz. Gladbach Punkt gleich hinter uns. Und Union, da ist es ja verloren gegen Frankfurt, auch weiterhin gleicher Abstand auf Platz 7. Weiterhin zwei Punkte Abstand. Die Bayern halten halt ihren Abstand vorne bei. Platz 18 ist tatsächlich, habe ich in irgendeinem Tweet gesehen, rechnerisch nicht mehr möglich für uns. Aber klar, die Schalker haben, glaube ich, 10 Punkte auf dem Konto. Jetzt haben wir noch 8 Spiele. Das liegt dann eher an Schalker als an uns. Und weiter 14 Punkte auf Platz 15. Schrägstrich Platz 16, da nämlich Berlin noch spielt, bei noch 8 verbleibenden Spielen. Kommen wir zum Man of the Match. Matchvoting, wie immer, im Community-Tab am Start sehr, sehr gerne voten. Und sehr gerne natürlich mehr und detailliertere Meinungen ab in die Kommentare damit. Und natürlich auch dann, falls irgendwer dabei ist, den ich nicht genannt habe, auch Spieler noch nennen, auf die ihr vielleicht näher eingehen wollt. Das fällt natürlich in so einem Spiel noch ein bisschen schwieriger, weil egal ob positiv oder negativ, mir fällt da in solchen Spielen, wo du halt deutlich verlierst, nie irgendwie groß wer auf, der jetzt irgendwie krass schlecht war oder schuld war oder wie auch immer. Oder wer trotzdem richtig stark war. Ein Ticken schwieriger in solchen Spielen. Trotzdem ist mir wichtig zu sagen, dass man jetzt vor allem auch auf so Leuten wie im Armada zum Beispiel nicht rumhacken soll. Das ist einfach unnötig. Auch für mich zum Beispiel bei den Noten für die Roten heißt das Ganze. Finde ich auch die Noten ein bisschen arg hart. Extrem viele Fünfer. Für mich, wir haben wieder drei Leute zur Auswahl. Für mich hat mir Klimovic sehr gut gefallen, nachdem er eingerext wurde gegen Silas in der 35. Der war ja in den letzten Spielen auch irgendwie auf der Bank oder mal nicht dabei und hat recht wenig Spielzeit bekommen. Dann kam er rein, hat ihm wieder ein besseres Spiel abgeliefert, habe ich ja vorhin schon gesagt. Und dann nenne ich noch Nico, einfach weil er für mich auch ein sehr engagiertes Comeback gefeiert hat. Und einfach auch vor allem wegen dem Comeback. Und dann Sascha Kalajic bekommt für mich den, oder sorry, Sascha Kalajic bekommt für mich noch den dritten Spot in dem Voting. Einfach weil er eben diese zwei Chancen hatte. Und mit den drei gehe ich fett natürlich schwer. Wie gesagt, gerne Meinung da lassen. Und zu guter Letzt, wie immer, die Tweets auf dem Match. Wir haben drei Stück rausgesucht. Der erste Mangala verletzt, zieler zuletzt anstehende Länderspielreisen mit ungewissen Folgen. Gelobt seien 36 Punkte, so wie ich es vorhin auch schon gesagt habe. Das tut sehr gut, schon jetzt zu viele Punkte auf dem Konto zu haben. Und halt trotzdem weiterhin eine recht minimale Chance zu haben, da unten wirklich noch ernsthaft reinzurutschen. Der nächste Tweet dann, scheiße, ja, ärgerlich, ja, Drama, nein, viel, in Klammern, alles in Frage stellen, nein. Das daraus lernen, der jungen Mannschaft und der sportlichen Führung weiter Zeit geben. Es ist eine Entwicklung mit Rückschlägen wie heute. Das ist die realistische Einschätzung, die ich auch so mitgehe. Man muss jetzt wirklich nicht krass viel schwarz malen. Und ich hoffe auch, dass dieser Nachbericht jetzt nicht zu krass negativ irgendwie rüberkommt. Und dann der letzte Tweet, der auch quasi aussagt, gerade gut, dass wir jetzt schon die genügend Punkte auf dem Konto haben mit Mangala-Ausfall, Wamagetuka-Ausfall, dann aber auch sagt, dass er recht zuversichtlich ist, dass wir den Verlust komplizieren können. Und eben ist er quasi ein Twitter-Thread, quasi zwei in einem diesmal, weil ich den Kommentar sehr interessant finde darunter. Das glaube ich nicht. González will gehen. Und Wamagetuka wird bis 2022 nicht zur Verfügung stehen. Dazu starker Aufsteiger. Das wird in der kommenden Saison sicher kein Schritt nach vorne. Du hast es hier zuerst gehört. Natürlich ein bisschen mehr negativ gedacht, aber ist natürlich auch irgendwo die Wahrheit. Kann gut sein, dass uns Nico im Sommer verlässt. Ich glaube, bei ihm ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten fast. Zielers Ewigkeiten raus. Wer weiß, wie der zurückkommt. Die Aufsteiger da unten, da kommt halt dann Hamburg zum Beispiel hoch vielleicht. Dann könnte Fürth oder Kiel oder sowas hochkommen. Das ist schon alles namentlich schon was. Deswegen, und dann wie immer auch das typische Bild von der zweiten Saison nach dem Aufstieg, die immer schwierig ist. Natürlich, die Saison ist jetzt immer noch nicht vorbei, aber man kann schon ein bisschen für die nächste Saison planen und gucken. Vor allem eben auch solche Ausfälle wie Silas. Man weiß, dass der bis nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr nicht mehr kommt. Würde sie den vielleicht auch im Sommer irgendwie einen Ersatz holen dafür oder halt intern irgendwen aufbauen. Aus der Mannschaft, ein Cissé zum Beispiel oder sowas. Keine Ahnung. Fand ich interessant den Denkanstoß von dem Tweet. Könnt auch gerne die Meinung zu sowas dalassen, wie ihr das seht mit nächster Saison. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Auch nochmal vielen Dank für den Support. Gestern sehr krank, vorhin die Analytics angeschaut. Wir hatten am Höchstpunkt grob 271 Zuschauer waren es, glaube ich. Das ist schon richtig heftig, wie der Kanal sich gerade entwickelt. Vielen Dank für den Support. Vielen Dank für alle, die neu dazugekommen sind. Und dann würde ich sagen, macht euch noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, macht euch noch einen schönen Sonntag.